Jo, wir sind hier in Daisy mit anderen Leuten. Hey! Hallo, hallo, hallo. Hallo, 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 hallo. Hallo, 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 hallo. Ich hab ein Problem. Ich hab ein Problem, glaub ich. Ey, User! Hey, hey. Wir sind hier auf Hammer 2 Mod, Daisy. Das ist hier PvP, Mann. Hier sind überall Gegner? Überall, ja. Da hinten, da hinten ist ein Gegner. Jaja, ja, ja. Da seht ihr ihn? Da ist ein Gegner, Mann. Okay. Okay. Knapp... Hier hast du nicht gemacht. Knapp daneben. Hinter uns kam einer mit'n Falschniebe runter. Ja, willkommen. Hinter uns ne Zombies. Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, mein Name ist Ransratte, bla bla, Daisy. So. Gut. Ich hab ne geile Sniper auf jeden Fall dabei. Ist mir scheißegal, Alter. Renn dir mal hinterher, nein, ich bin dein Fan. Hey! Hey, kannst du meine Waffe signieren? Hey. So, ja, bitte. Warte, wir haben hier irgendwie zwei, die irgendwas nicht raffen. Was macht ihr denn hier? Der wird schon seit ner Viertelstunde von dem Zombie gekackt. Töte doch mal. Ich hab keine Munition mehr. Ja. Los, töte es doch mal. Au, das war ich. Mein Gott, ach, geht doch, ey. Auf jeden Fall, wenn ich das ein bisschen zusammenschneiden, das wird natürlich nicht ungeschnitten hochgeladen, Leute. Jaja, bei mir auch. Bam! Den Zombie voll geheadshotet. Voll. Deswegen lebt er noch. Ja, irgendwie ist er nicht tot. Von deinem geheadshotet. Mein Gott, stirbt doch, du Nutzer. Ihr müsst auf den Kopf zielen. Was machst du denn mit dem Zombie, Alter? Da kommt direkt der Nächste. Probier das nochmal. Hier. Ihr müsst das lernen. Auf den Kopf und schießen. Ja, geht doch. Sehr schön. So, in der Stadt wird geschossen. Kein Gedanke. Rein, go. Alles klar. Müsst du dich einfach so losstürmen. Müsst einen Plan schmieden. Ich kann, ja gut, warte, ich mach'n Plan. Im Turm unteres Fenster. Damit kann man richtig gut arbeiten. Im Turm unteres Fenster. Fire Station. Das ist ein Zombie, man. Das ist ein Zombie, Alter. Das ist ein Zombie. Ein Smartphone in der Hand. Okay. Cut. Ah, Alter. Ja, aber jetzt mal ohne Scheiß. Wer schießt denn hier wie ein Behinderte? Ich würde so gerne deinen Headshot drücken. Ey. Ich bin so ein Typ, der schießt auch aus Versehen mal um. Ich bin so ein Typ, der dreht sich aus Versehen mal um. Sie duckt halt manchmal den Fingern. Von unten schießt irgendwas, Alter. Locker aus der Fire Station, Mann. Lach nicht. Untere Fire Station, Alter. Ganz rechts von uns ist irgendwo ein Dings gelandet. Ja, warte, warte, warte. In der unteren Fire Station ist was los. Locker. Erstes Fenster definitiv. Mehr sehe ich noch nicht. Moment, ich muss mich erstmal wieder, dass ich laufen kann. Wargame, wo bist du? Ich bin auf der Hauptstraße. Ich bin hinter ihm. Pass auf. Da ist gerade einer hochgelaufen, glaube ich. Ja. Du solltest mal mit der Sniper gucken, wie weit das entfernt ist, beziehungsweise mit dem Entfernungsmesser, damit wir das alles mal abchecken können. 62 Meter von uns weg war der. Was geht mit den Zombies hier eigentlich, Alter? Das ist völlig aus. Ist so, ne? Da ist einer hochgelaufen gewesen, mit dem Schild, und hat uns abgeschossen. Der erste Fenster zielt auf uns. Ich bin tot. Von wo? Kannst du sagen, von wo? Ja, ja, auf der Hauptstraße kommt er. Kommt auf der Hauptstraße an der Seite. Er rennt geradeaus zu meiner Leiche. Er ist ganz nah bei euch gewesen. Er ist jetzt beim Haus. Er ist tot. Sehr schön. Ja, irgendwie habe ich nicht so die Reflexe gehabt, da irgendwas zu machen. Einer ist bei der Kirche. Das sehe ich von oben, von meinem Desk. Oh Gott, wurde angeschossen? Alter, das ist kein NPC-Helikopter. Das ist ein richtiger Helikopter. Verschwinde, Digga. Verschwinde. Okay. Ja, ich bin jetzt gleich an der unteren Fire Station. Ich bin untergiftlich natürlich an. Ihr müsst übelst auf den Heli aufpassen, ey. Ja. Ach, das ist der Heli. Oh Gott, da ist einer. Oh, da ist immer noch einer gewesen. Ich sehe dich, Mann. Lebouche. Da oben im Wald. Wirklich? Ja. Das ist sehr, sehr nett. Ich habe das zur Kenntnis genommen, Sir. Ja, ich bin da mal wieder weg. War doch. Heiße jetzt aufgestattet. War das ein Zombie, oder war das auch das ein Zombie? Wirst du merken? Nicht so lange der Heli hier ist. Weil ich bräuchte auch eine Waffe, ich habe nur so eine scheiß Winchester. Oben im Wald war auf jeden Fall gerade ein Sniper M40. Hab ich aber verloren. Ey, diese blöden Zombies, Mann. Heiß Heli, Alter. Verpiss dich doch mal. Er schießt da. Ah. Oh Gott. Ja, auf euch. Kann er nicht auf die Zombies schießen? Vielleicht ist er Frenzy. Jetzt du blöder Zombie. Er ist tot. Ich habe den Zombie gekillt, Alter. Ganz alleine. Richtig krass war das. Hättet ihr immer sehen müssen. Ne, das sind die gar nicht. Ah, ah! 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 Oh, oh! Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Ja, ja. Ein Hit hat er, mehr nicht. Was? Warte Heli. Ja. Ja. Ja, du musst hier... Ich blute und habe keinen Verbandsding. Ja, komm her. Die Dinger sind so fucking OP, ne? Ich bin im Übrigen tot. Gut. Ich bin tot. Jetzt ein Raketenmerfer. Ey, dieser blöde Helikopter, Mann! Will meine Sniper! Oh, er kommt wieder. Oh, er kommt wieder. Friendly! Friendly! I'm Friendly! Friendly! Ich bin meine Waffe! Was hab ich überhaupt für ne Waffe jetzt hier? Ne MK16, cool. Jungs, ihr müsst eigentlich mal den Wald... Oh, ich werd wieder beschossen! Mann! Das ist ne Waffe, Alter. G36. Ich bin tot. Ey, was ist denn das? Der ist bei der unteren Feuerstation in der Nähe. Da ist einer auf dem Dach, Alter. Der unteren? Der oberen? Ja. Unterne... Unterne... Soll ich da mal reden im Spaßchat? Ja, mach mal. Okay, mach ich sofort. Warte. Er ist an die Leiter. Wirst du schon sehen, du hast das gesagt. Ey, wie komm ich denn jetzt zu der blöden Leiter? Da ist ein Busch vor. Du kannst von innen hoch. Ah, ich hab schon. Hallo! Ich komm jetzt die Leiter hoch. Aber ich werd dich nicht töten. Ich will nur mal gucken, was du so machst. Hallo! Du bist locker tot. Du bist so gut wie tot. Gibst du noch? Bist du tot? Hey! Hey! Wo ist denn der Typ? Der ist weg. Der hat auf dem Sprachstatt gesagt. Der ist weg. Hey! Spielst du Minecraft? Erst nur Abonnenten klären. Ey, warum schießt hier jemand? Spiel doch nur Minecraft. Kannst du mich abonnieren? Was? Oh, da schießt noch. Ey, Leute! Der schießt von der oberen Feuerstatt. Das ist friendly. Ich bin friendly. Ich seh den nicht, ne? Immer die ganze Zeit auf dem Dach hier. Bist du dir sicher, dass der auf dem Dach war? Ich hab ne Dragon auf. Fahrzeugwartung mitnehmen? Nein. Auf einer anderen Feuerstation schießt der auf mich jetzt ein anderer. Ja. Ich bin da, aber ich seh ihn nicht. Stefan, kannst du da hochgucken? Ich bin bei Mor. Ich hab den hier hundertprozentig gesehen. Ich hab's auf Aufnahme, ich schwör. Hätten ist einer gelaufen. Straße. Ich seh's jetzt gerade nicht mehr, weil ich nicht aufstehen kann. Was mach ich am besten, wenn nur ein Bein gebrochen ist? Morphin. Und jetzt bist Stefan, da hab ich irgendwo einen im Laufen sehen. Ich seh hier keinen. Doch, da hinten. Ich werd beschossen. Da hinten ist einer oben auf dem Dach. Jo. Gute wieder. Oh. Ich hab aber keine Verbandsdings mehr. Oh. Oh. Ich weiß, ich werde wahrscheinlich... Stimmen. Ich hab hier einen direkt bei mir. Im Gebäude. Hinter dir! Hinter dir ist einer! Da schleicht einer. Der Scheiß. Was machst du? Alter. Ey, das ist ja aus... Nee. Ah, ich bin verblutet. Den Typen, den ich suche, der ist genau hier im Gebäude. Ja, genau. Das ist auch einer. Ja. Ey, ich bin verblutet. Wie ein Verbluter. Boah, Alter. Irgendwo von hinten. Shit, hier ist was? Hier ist was? Ja, aus dem Wald. Ja, ja. Ich hab... Ich hab... Ich hab einen Hasen tot. Ich hab einen Hasen tot, Leute. Hase ist down. Haben ihn erwischt. Boah, Alter. Mein erster Kill. Ich hab den Ticken, äh... Dings, ne? Feuerwehr. Oh, egal. Ich hab grad einen Hasen gekillt. Alter, war das knapp schon wieder, Mann. Ist da ein Spieler auf der Straße? Äh, jetzt rechts neben dem Gebäude. Der müsste jetzt dahinter sein. Guck mal. Hinter dem grünen Gebäude da. Oh, er kommt. Oh, shit. Ich hab den Spieler. Sehr schön. Liebt der andere noch? Weiß ich nicht. Ich hab keinen anderen gesehen. Ja, der ist da beim Zelt. Der rennt hier rum. Bei welchem Zelt? Äh, bei der Einkaufshalle. Äh, ja. Hier bei uns. Ah, ja, okay. Alles klar. AK-47. Er kommt, scheiße. Ich verbinde mich grade. Scheiße. Ach, scheiße. Fuck. Ich versuch zu euch zu kommen. Hui, seid ihr das? Ich sterbe grade, ne? Er kommt. Er ist vorne, vor der Eingangshalle. Äh, vor der Einkaufshalle. Shit, shit. Kommt auf nichts zu, Mann. Ach, das bist du jetzt hier, oder was? Nein. Ich liege am Boden. Ach so, alles klar. Der andere ist da. Ich hab noch 500 Blut, Mann. Na ja, bei der G... Oh. Jo, bin tot. Von wo? Da, rechts in die Halle. Rechts in den Supermarkt. Bin tot. Fuck! Ich hab'n Visier. Ich seh' hier den Sniper. Er ist tot. Ey. Down. Was geht denn Sniper? Das warst du? Ja. Warum? Weil das sonst gewesen ist. Aaaaaaah! Was geht denn jetzt ab? Ich bin der Zerstörer des Bösen! Hab ich nur im Boychat geschrien. Ich hab den Sniper im Wald gekillt. Welche? Leute, einer muss ja nicht mal was reißen von uns. Hauptsache, er rennt einfach rein, fickt sie alle weg und wir versuchen taktisch vorzugehen und sterben. Ja. Wir waren grad extrem taktisch und ich bin trotzdem gestorben. Und warum auch immer... Bist so wunderschön. Headshot. Na, wir ficken den Typen jetzt hier. Hey! 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 Yo! Ty! 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 Ey! Du anfeuern Scheiße! Ich sag's, das sieht gut aus. Hab dich gefragt! Just a break! Just a break! Just a break, Bro! Noch einmal! Und dann setzt man da. Ich sag dir, komm hier nicht noch mehr rein! Ich bin Batman! Halt dein Maul, Batman! Halt dein Maul, Batman! Du hast mir gefallen, hättest du mal ganz kurz die AE für mich. Ah! Digga! Keine Sorge, das funktioniert nicht. Wo seid ihr? Ich bin da gerade dabei. Haha, aua. Hör auf ihn an, dass du greifen willst. Lass uns gerade in Ruhe! Wetten die Zombies haben dich nicht abonniert, die müssen alle sterben. Locker easy, alter, richtige Mist. Aua! Da kommt einer hoch! Du bist tot! Ne, da ist einer im Raum von Wo denn das jetzt? Hä? Hast du mich ge... Ne, warte. Ne, mich hat irgendeiner her getuttet. Was? Ne, 370 Meter. Warte, dann geh ich nicht mal... Was? Als ob! Rech mich! Ich weiß nicht, wo er ist. Ah! Just a prank! Ich werd dich auch nicht vergessen. Das bin ich! Du hast ein Zombie-Gesicht. Direkt am Zelt. Am Zelt. Und draußen unten sind auch noch zwei. Ich weiß nicht, ob ihr das seid. Ich bin drinnen. Ich bin tot, ich bin tot. Mr. Moore-Game? Hello! Friendly! Ah, ah, warum krieg ich den jetzt hier auf die Fresse? Hilfe! Wo bist du? Willst du mich ernsthaft töten? Hey, das bin ich, das bin ich! Ah! Friendly. Hä? Wer ist denn noch bei euch, Alter? Wut? Nein! Hallo! Ah! 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 Das waren aber beide, Mr. Nein! Ich hab verzogen! Ah! Ist das geil! Nein! Da saß einfach einer unter der Treppe! Da saß einfach einer unter der Treppe! Und fängt auf einmal an zu reden! Friendly! Hä? Hä? Wo war denn? Unter der Treppe! Alter, das gibt's doch nicht, ey! Oh! 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 Hinter dir! Ist am Horror-Game! Hinter dir! Nein, hinter dir! Nein, hinter den Zelt! Ich hab ihn gekillt! Jawoll! Ich hab ihn gekillt, Leute! Ich mach jetzt auch schon mal Moderation! Woll ich machen, Leute? Oh, ich werd beschossen! Alter, wer schießt da auf mich? Noch 800 Leben? Emo, ich komme! Ich komm von oben! Ah! Ich komme auf dir! Ah! Ich komme auf dir! Ah! Noch 400 Leben! Ich hab noch 300 Leben! Oh Gott, ich werd beschossen! Ich bin tot! Das war soweit mein Einblick in DayZ! Ähm! Bald bin ich auf jeden Fall voller Profi und so! Werde ich euch schon sehen! Schaut bei den Ranzratoren vorbei und so! Ne? Bei den anderen! Keine Ahnung, was die machen! Das ist spannend! Streamen, du Otto! Ist mir egal! Juck mich nicht! Okay! Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder! Das Spiel wieder mal! Nein, nein, nein! Nein, nein!